Prozent und hier am besten für 16 unterkommen wirklich nicht gerade ausunterkommen und also nicht irgendwie ganz auf einen Block steht unter Guck mal, was ich gerade mache Hast du zufällig noch ein Lapis Lazuli? Nein, aber da unten ist Achso, das hast du abgebaut Nein, habe ich nicht Hast du Eisen? Ja Weil dann kann ich Eisenblöcke draus machen Ich habe bloß zwölf Eisen Achso Ja, dann lohnt es sich nicht wirklich Gold Oder gib mir die zwölf Eisen Ich bin schon viel Ich bin weitergelaufen Das ist okay Warte, was kann ich noch zusammen machen? Redstone Loll Maragd Lass mal hier laufen Was? Redstone? Komm mal ab Ja, dann geh du da hinten hin Ja Nein, jetzt habe ich die Crafting Box vergessen Ich steppte Ich steppte Lacher Stirb, Skelett, stirb Loll, ich komme nicht mal bis zu dem Skelett Oh Eine Runde mit Leid Oh Danke, danke Hier ist zu Ende Oh Mann, sagt es doch, dann hätte ich gleich oben bleiben können Jan ist hier zu Ende Warte, warte, warte Ja, ich baue Ähm, willst du dich hier auf der Hey lol, was ist jetzt? Was hast du mir gerade gegeben? Achso Ja, du, ich, Diamanten Oder ich gehe zwölf, du gehst 16 Irgendwur ich 16 Was wollt ihr auf Höhe 16? Diamanten Weil Diamanten sind zwischen 12 und 16 Nein Doch Diamanten sind von 0 bis 14 Nee, 0 sind keine Ich würde immer auf 16 Klasse, wir sind auf Höhe Warte, lass mich überlegen 17 Naja Warte, ich krab einfach unter dir Äh, Juli, willst du mir vielleicht die Fackeln geben, weil du sagst, du brauchst die nicht wirklich, oder? Ich hab nur 7 Du kannst ja hier hin Guck Hier, oder? Warte, eine brauche ich zu Ja, noch ein weiter Weil wir nicht in die Handel dann ist Ja, zwei weitere, also das hat zwei Blöcke frei Ja, so, hier Ja, das hat ein Beispiel Okay, wo gehen wir weiter nach da, oder? Du hast ja Kassenschaufel, ne? Ja, und das war eine mit Effizienz Wie riesig Okay, jetzt Lava Nee, von hier kommen wir Ey, ich hab Gold, ich kaffe aber keine Eifenspitze, okay Warte, ich komm zu dir Loll, das kann aber nicht sein, wir waren hier noch gar nicht Doch, von da kommen wir ganz sicher Über dir Nein, wir waren hier nicht Okay, wir waren hier nicht Doch, sicher? Das ist doch ausgeleuchtet Das wurde Spinspaar, aber ich hab grad hochgesprungen, wo ich grad hochgesprungen bin Da, ich sehe, Smaragd, wo bist du? Da, ich sehe, Smaragd, wo bist du? Jonas, wir haben ne Miene Bin hier hochgelaufen, warte? Ja Äh, cool, aber... Ja, weil hier ist Smaragd, Juli Nein, willst du mich verarschen? Ja, doch, ihn Nein Tut mir leid Du bist... Alter Arschen? Ja, aber das ist ein Spinspaarner Was? Alter, wie riesig Nein, 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 wo? Ich hab keine Eisenspitzehacke mehr, scheiße Aber ich? Weil hier ist schon bald Gold Wo? Ach, da Ja Da, und... Aber da ist ins Smaragd Bin hier gar nicht rein Wie viel Smaragd hast du eigentlich bisher? Ach, äh, 17 Ach du Scheiße Hätten wir vielleicht das Dorf nicht abbauen sollen? Wie, hast du dich? Ach, tschüss Lol Ja, muss gehen Ach so Ich hasse dich Cari Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Juli, da liegt Gold Ja, danke, dass wir auch schon machst Soll wir dann eine Aufnahmepause machen? Egal Dann würde ich aber sagen, wir laufen noch geschwind zurück, weil ich hab keinen Bock hier dann irgendwann mal wieder rauszufinden Okay, ja, irgendwann Ich hab den Bock hier irgendwann mal wieder rauszufinden, ja Toll, hier ist der Waypoint von Jonas' Haus Wir schaffen eh nichts Weil die? Also, dann geht Jonas und wir gehen noch schnell jetzt in unsere Base zurück, oder? Ja Ja Okay Überleg mich grad so, dass das Gelett die ganze Zeit hinschießt Ey, äh, warum bauen wir uns nicht eigentlich einfach nach oben, Janis? Weil wir nicht die Materialien dafür haben Warum ich schon? Ich nicht Ach so Was brauchst du? Deine Oh mein Gott Ja, mach mir mal ein paar Steine Das Geld ist aber auch das Hellste, was es gibt Wie viel Stacks Steine hast du eigentlich? Bist du die ganze Zeit auf ne Wand? Äh, einen Ja, den brauchst du wahrscheinlich selber Hast du noch ne Fackel? Dann leuchte hier mal aus, dass wir hier alles abbauen können Erde auch, scheiß drauf Bisschen Erde hätte ich für dich Wie viel? 7 Ja, gib her Epic Screenshot Und 13 Gravel Ja, gib her Sofort Ja, ich hab jetzt auch 46 Lol Ich seh dich schon wieder nicht Ach doch da oben Lädt hinterher an der Wand Du bist grad Level aufgestiegen Äh ja, 35 So, wo müssen wir denn hoch? Hier? Ja, würde ich sagen Ja, würde ich sagen Was ist durchsichtiger als ähm Außer Glas jetzt als am Gitter? Ach, Alina ist eigentlich grad Nacht Gar nichts, oder? Ne Also ich baue mich jetzt hier nach oben Müssen wir hier nach oben? Ich baue mich jetzt hier einfach nach oben Wieso geht der raus? Mal Oder wo will ich dich nach oben bauen? Ich baue mich hier nach oben Ok, warte Da kommt Wasser runter Echt jetzt? Weil wir direkt über Jonas Dings sind Wir müssen noch ein bisschen in die Richtung da laufen Wir sind gar nicht direkt über Jonas Wir machen einfach hier Wenn Wasser kommt, ist doch gut Aber da versaufen wir dann Ach was, wenn... Das ist so tief ist das doch gar nicht Ne, da versaufen wir, wenn wir runter gehen Ach egal Halt, warte, warte Du musst neben dir ein Loch freilassen Warum? Weil ich da komme und ich kein Licht habe Hä? Für die ganze von so zwei Skeletten begafft Lol, warum bist du schon so hoch? Lol, wo bist du hin? Ach so Ich will jetzt noch ein bisschen... Scheiße, ich habe keine spezielle mehr Aber ich Hast du noch eine zweite? Ja Oder eine kaputte? Ne, reicht schon Lol, wie werfe ich das nochmal weg? Egal, hier Okay Oh, die ist aber auch kaputt Aber das muss reichen Überlebenskampf Überlebenskampf Also ich wette, hier kommt gleich Wasser runter Ja Ja Immerhin spawnen hier keine Viecher Tollet sich die Spitzhackle auch kaputt Was mache ich jetzt? Warte, ich buddel zu dir runter Und jetzt? Achso, du buddelst immer zu mir runter Ich buddel für uns beide Okay Buddel, 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 buddel Gar nicht mal so eine schlechte Idee Weißt du noch Steine? Ich hab' natürlich die ganze Kohle, ne? Ist klar Ja, Steine hab' ich noch Da ist Erde Wir sind gleich oben Und wieder Stein Müssen wir uns markieren Jonas ist ein Kackmongo Wieso? Er hat die ganze Kohle Oh ne, müssen sogar Warte Warte Ich würde gar nicht weiter in da reinbauen Irgendwie Oh lol Okay Weil ich schon Spinn Spinn spawner Spinn spawner Können wir uns das merken, Janis? Ne, warte Ähm, ich mach schon nen Waypoint Dann passt das Ähm, ne scheiße Add Shit Höhle Da Back Exit Und dann verstecken wir das so, dass das niemand findet Wer soll das finden? Alina oder so Weißt du? Brrrr Dass die nicht unsere wertvollen Ressourcen wegschnappen Also eure Base haben wir schon lange gefunden Ja, das ist ja nicht schwer, die zu finden Jackpot, alter Warum? Mine und ein Spinn spawner Also keine so Mien-Spinn-Spawner Oder Zombie-Spawner Das ist glaube ich keine Ahnung Eins von beiden Guck, Juli Das war das, was ich gesehen hab Sagen wir dir doch nicht Also wir sind in der Mine Ach wirklich? Ich hör die ganze so Wuhh, wuhh, wuhh